willkommen zurück zu minecraft bedrock tech tutorial zum ersten mal in der 1.20 juhu wir haben heute einiges vor und zwar wollen wir strukturen von einer welt in die andere verschieben dazu müssen wir die strukturen in einer welt exportieren und in einer anderen welt importieren dazu brauchen wir zwei pakete beziehungsweise eines wenn ihr auf der windows 10 edition seid nämlich zum importieren das tutorial wird aus zwei teilen bestehen einmal exportieren einmal importieren und zuerst möchte ich natürlich zeigen wie man das ganze exportiert dazu schauen wir uns aber zunächst mal eine kleine welt an die ich hier vorbereitet habe nämlich hier habe ich eine kleine welt etwas super flat einfach die die welt vorlage da genommen ihr seht da ist ein kleines haus drauf wir schauen uns einfach mal an und da haben wir die kleine welt ihr seht hier sind zwei hübsche kleine häuser eins aus holz eins aus gebrannter keramik wir können auch einfach noch ein paar weitere häuser hier hinsetzen sagen mal auf die andere straßenseite theoretisch ja ich würde sagen noch ein bisschen mehr platz quasi wenn hier so ein dorfzentrum wäre dann wäre es ganz nützlich ein bisschen mehr platz zu lassen wir sagen einfach mal laden und dann tippen wir holzhaus einfach ein das ist einer der strukturen die ich quasi vorbereitet habe ich werde die jetzt hier um 180 grad drehen damit es richtig rum zeigt so und da haben wir hier ein kleines holzhaus das können genauso noch mit dem anderen haus machen und dazu gehen wir einfach mal hier hin noch ein bisschen weiter zurück gehen auf laden und sagen diesmal tonhaus und das drehen wir auch noch mal um 180 grad perfekt und da seht ihr haben wir hier quasi schon kleines dorf fehlen nur noch ein paar dorfbewohner felder sonst was und vor allem ein dorfbrunnen ja wir werden das heute hinzufügen und die die beiden gebäude werden auch als beispiel in dem strukturenpaket enthalten sein jedenfalls gehen wir jetzt einfach mal wieder zurück zum hauptmenü und beginnen mit dem tutorial so da sind wir im hauptmenü jetzt gehen wir rüber zu opera beziehungsweise einen beliebigen browser eurer wahl dazu haben wir hier schon opera geöffnet in vorbereitung dort gibt es einen link das ist der erste link in der video beschreibung schaut einfach mal vorbei dort gibt es nämlich den structure block export button for mcd ppi also im grunde der export knopf damit man den in bedrock benutzen kann zur info wenn ihr auf der windows 10 edition seid spult einfach mal ein paar minuten vor das braucht ihr überhaupt nicht ihr habt schon diesen export knopf verladen bleibt bleibt einfach mit dabei jedenfalls dieses pack hier genau gesagt ein ressourcenpaket fügt einen weiteren knopf hinzu ihr seht hier haben wir speichern hier haben wir zurücksetzen fragezeichen aber hier haben wir noch den export knopf der wird hinzugefügt durch dieses ja ressourcenpaket von drei gaming youtube scheinbar ein youtuber keine ahnung jedenfalls wird hier darüber gesprochen dass man irgendwelche experimentellen features braucht ich habe das nicht benötigt keine ahnung das ist wahrscheinlich auch für eine ältere version ja für die 1.18 wurde es gemacht inzwischen gibt es ja die 1.20 also kann halt ein bisschen anders gewesen sein jedenfalls hier weiter unten gibt es downloads einmal mcpeg einmal zip wenn es als mcpeg runterladet dann könnt ihr es wahrscheinlich direkt in minecraft öffnen wenn es nicht klappt hier kommt die zip variante denn ich lade die zip datei runter so wir werden hier gewarnt ja mediafeier kann schlechte werbung haben ich bin hier auf opera wir können einfach weiter gehen hier kommt keine werbung aber wahrscheinlich gleich cookies oder so nein ok jedenfalls wir können hier auf runterladen gehen dann öffnet sich eine neue seite und das paket wird runtergeladen da klicken wir einfach mal auf runterladen und dann können wir den browser wieder verlassen jetzt gehen wir rüber zu z archiver beziehungsweise wenn ihr auf ios seid habt ihr documents wenn ihr auf android seid habt ihr z archiver beides in der video beschreibung verlinkt damit ihr es runterladen könnt ihr seht wir haben jetzt hier unsere zip datei punkt mcpeg punkt zip keine ahnung warum es so benannt wurde jedenfalls haben wir diese datei hier die müssen wir jetzt entpacken und das entpacken wir einfach mal hier da seht ihr wir haben den ordner wir haben allerdings noch eine zweite zip datei das war eben das strukturpaket was ich euch genannt habe das nehmen wir uns auch einfach mal und sagen auch mal hier entpacken wir schnappen uns die beiden und verschieben die jetzt und dann gehen wir mal in den minecraft ordner den werde ich nicht noch mal genau erklären ganzen speicherorte sind um in der video beschreibung jedenfalls gehen wir mal hier ganz oben in behavior packs rein und speichern die dort ab das hier oben muss allerdings in einen anderen ordner haben das hier unten ist ein verhaltenspaket ja strukturpaket ist quasi im verhaltenspaket nur mit strukturen drinnen das hier ist aber ein ressourcen paket deshalb müssen wir das einmal mitnehmen sagen ausschneiden gehen weiter nach unten ressourcenpakete und fügen es dort ein und damit haben wir die beiden pakete installiert wenn ihr auf windows 10 seit dann ist eben nur den das import paket haben das verhaltenspaket wenn ihr auf anderen plattformen seit dann braucht eben hier auch den export knopf so dann starten einmal minecraft neu das ist nötig damit die pakete richtig geladen werden und dann sehen wir uns gleich wieder so einmal minecraft neu gestartet wir gehen einmal auf die einstellung dort können wir nämlich überprüfen ob die pakete korrekt installiert wurden beziehungsweise importiert wurden wir scrollen einfach mal hier auf der linken seite runter und gehen dort auf speicherung dort werden quasi alle ja alle dateien die minecraft hat abgespeichert beziehungsweise angezeigt ihr seht zum beispiel welten haben wir vier stück ja redstone 1.0 2.0 irrelevant für dieses tutorial dann bettas superflat und dorfgebäude zu dorfgebäude kommen wir gleich noch ressourcenpakete haben wir hier den export knopf wenn ihr auf windows 10 seid habt ihr da nichts beziehungsweise irgendwelche ressourcenpakete die ihr vorher hattet und da haben wir weltvorlagen kennt ihr von den vorletzten folgen ja vorletzte folge und da haben wir hier verhaltenspakete das sollte wirklich jeder haben wenn beide sachen sichtbar sind also export knopf und import paket dann sollte alles korrekt sein wir gehen jetzt mal zurück für die die nicht auf windows 10 sind wir müssen jetzt quasi das ressourcenpaket anwenden das können wir auf zwei wege machen entweder lokal in einer welt oder global wenn wir es global machen kann es quasi überall genutzt werden und ich würde empfehlen wenn ihr quasi öfters sachen exportieren wollt dann geht ihr einfach hier in die einstellung nach unten zu globale ressourcen zu meine pakete und aktiviert es dort ich werde es tatsächlich hier global reinmachen weil ich das wahrscheinlich auch in zukunft wieder nutzen werde und es kann auch immer einen moment dauern bis das ressourcenpaket angewendet wird so das paket wurde angewendet gehen wir mal auf spielen jetzt zeige ich euch noch quasi die lokale variante wie man das lokal machen kann wir haben hier eine welt wo ihr quasi strukturen habt die exportieren wollt wir gehen auf die einstellung der welt gehen auf ressourcenpaket hier unten auf aktive und meine pakete und dort könnt ihr das eben auch aktivieren ich werde es ja jetzt nicht machen ich habe schon global gemacht aber so könntet ihr das dann auch lokal in einer einzelnen welt machen jedenfalls gehen wir hier in die welt rein wie ihr seht habe ich da schon zwei weitere strukturen nämlich einen turm und einen brunnen vorbereitet und die werden wir jetzt exportieren so da wurde die welt geladen ihr seht das ist wirklich nichts besonderes da da habe ich den spawnpunkt gesetzt habe hier zwei kleine häuser eingebaut und hier haben wir noch zwei weitere strukturen die werden wir jetzt exportieren ihr seht hier unten wahrscheinlich luft aber es sind tatsächlich konstruktionslehren falls ihr nicht wisst was es ist schaut euch die letzte folge an das wäre ganz nützlich damit ihr hier auch wisst was ihr tun sollt jedenfalls gehen wir hier einfach mal rein in den konstruktionsblock ich habe schon die rahmen richtig gesetzt ihr seht der rahmen außenrum funktioniert ihr seht auch die quasi konstruktionslehren die werden dann später mit dem gras ersetzt ich habe das hier turm benannt ganz einfach weil es eben so ein gewisser wachtturm ist man kann hier einfach quasi hochklettern und dann mit dem pfeil und bogen keine ahnung zombies oder so abschießen jedenfalls werden wir das hier einfach mal exportieren ihr seht da ist der knopf wenn ihr auf der windows 10 seid dann sollte es so oder so angezeigt werden auf allen anderen versionen sollte es mit hilfe des ressourcenpakets angezeigt werden wenn es nicht angezeigt wird und ihr euch ganz sicher seid dass ihr das das ressourcenpaket korrekt angewendet habt dann funktioniert es leider nicht für euch beziehungsweise es kann auch sein wenn wir hier auf exportieren klicken dass das spät einfach abstürzt dann funktioniert es auch nicht kann ich leider nicht viel daran ändern das tut mir dann sehr leid aber habt ihr ein bisschen pech gehabt jedenfalls wir klicken hier einfach mal auf exportieren da sollte sich irgendein datei manager öffnen und dann würde ich euch empfehlen das in downloads abzuspeichern gebt dem ganzen einen guten namen ich habe hier einfach turm gesagt das macht es ganz einfach und jetzt lädt quasi minecraft die gesamte welt noch mal neu weil minecraft nicht dazu fähig ist das für fünf sekunden im ram zu speichern dann gehen wir rüber zur nächsten struktur hier haben wir einen kleinen brunnen ihr seht mit einer glocke dran mit ein paar laterne mit keine zombies spawnen und ist auch recht simpel gebaut nichts besonderes ihr könnt dann natürlich alles mögliche bauen keine ahnung gigantische türme irgendwelche redstone sachen alles alles ihr könnt einfach alles bauen wenn ihr es bauen könnt dann könnt ihr es eben auch als struktur abspeichern jedenfalls gehen wir auch einmal rein da habe ich das brunnen benannt und da können wir das genauso gut einfach exportieren und auch wieder im download ordner abspeichern so da haben wir das dann können wir wieder zurück zum hauptmenü und wieder raus aus dem spiel um quasi die strukturen in den struktur import ordner einzufügen dann gehen wir raus rüber zu z archiver und gehen hier mal auf download ihr seht jetzt sind hier beide strukturen sichtbar wir markieren die und sagen ausschneiden wir gehen in den com.moyang ordner und jetzt gibt es wieder zwei möglichkeiten man kann es wieder global machen man geht hier dazu in den behavior pack ordner rein structure import structures dort sind die strukturen drin wie beispielsweise holz und tonhaus wenn ihr es hier einfügt wird quasi jede zukünftige welt die dieses paket hat diese strukturen übernehmen dann könnt ihr das halt auch immer wieder einfügen ist allerdings ein bisschen nervig weil irgendwann ist der ordner einfach zugemüllt könnte man sagen und dann müsstet ihr anfangen sachen zu löschen ich werde es tatsächlich nicht global machen denn ich habe bereits schon eine welt wo ich dieses strukturen paket angewendet habe wenn es global macht müsst ihr eine neue welt erstellen ich habe ja schon bereits eine welt erstellt mal schauen welches ist das ist sie hier oben gibt es dann ein honor behavior packs structure import das ist eben genau dasselbe da gehen wir in structures rein und dort speichern wir es ab wenn es lokal machen wollt dann braucht ihr quasi schon eine welt vorher wo ihr diesen struktur dieses strukturen paket quasi schon importiert habt ansonsten macht ihr es einfach global jedenfalls haben wir hier zwei neue strukturen die wir auch gleich nutzen können dazu müssen wir allerdings wieder minecraft neu starten damit diese strukturen erkannt werden und das machen wir jetzt so minecraft einmal neu gestartet wenn ihr es global installiert habt beziehungsweise eingefügt habt dann müsst ihr hier auf neue welt erstellen gehen eine neue welt erstellen und dort das eben importieren ich habe das ja schon gemacht hier in meiner beta super flat welt trotzdem gehen wir einfach mal auf einstellung damit ihr euch das zeigen kann hier unten gibt es addons dort gibt es verhaltens pakete und ihr seht dort sollte dann das strukturen paket aktiv sein damit ihr es nutzen könnt und dann können wir auf spielen gehen und die neuen strukturen nutzen und da sind wir in der welt wir haben hier die kleinen häuser die vier stück wir haben wieder einen konstruktionsblock ich habe eben schon erklärt wie man den bekommt mache ich jetzt nicht nochmal wir gehen einfach mal hier hin ich glaube das sollte passen gehen wir mal noch einen block zurück so klicken mal drauf wir sagen laden und dann tippen wir einen brunnen und laden das ganze und da haben wir einen kleinen hübschen und dann gehen wir mal auf die andere seite ein bisschen weiter nach hinten und dann sagen wir hier auch mal laden und sagen turm diesen drehen wir auch wieder um 180 grad wie die häuser eben sagen laden und da haben wir direkt einen weiteren turm und damit haben wir quasi schon ein kleines dorf aufgebaut das kann man jetzt natürlich unendlich weiterführen und ihr müsst im grunde nur ein einziges mal diese gebäude bauen und könnt ihr dann beliebig oft in eure welten einfügen das werde ich jetzt allerdings nicht machen denn die folge ist so schon sehr lang geworden also ich hoffe es hat euch gefallen ja in der nächsten folge werden wir wahrscheinlich es wird noch eine weile dauern sagen wir mal so ich bin gerade dabei mir ressourcen und verhaltenspaket anzuschauen es kann allerdings noch ein bisschen dauern ja macht euch da nicht zu große hoffnungen nächste woche sehr unwahrscheinlich vielleicht übernächste woche vielleicht über übernächste woche muss ich mal schauen ich möchte auf jeden fall noch videos machen darüber denn das ist ja jetzt der wirklich spannende teil mit ressourcen und verhaltenspaketen neue blöcke neue entitäten hinzuzufügen und das möchte ich auf jeden fall machen allerdings dauert das noch ein bisschen ich muss mich da erstmal noch richtig quasi rein fuchsen jedenfalls ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr mehr wollt dann lasst ein like da und ein abo um nichts mehr zu verpassen wir sehen uns dann im nächsten video wieder tschüss 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 tschüss